Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Erich Wühr und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie bequem von zu Hause aus und in Ihrem eigenen Lerntempo die chinesische Syndromdiagnostik lernen können. In der chinesischen Medizin werden Therapieverfahren, vor allem die Heilkräuterbehandlung, nicht entsprechend eines einzigen Leitsymptoms ausgewählt und angewendet, sondern auf der Basis der bestehenden Symptom- und Befundkombinationen der Patientin, den sogenannten Syndromen. Wir TCM-Praktiker stehen also vor der anspruchsvollen Aufgabe, bei unseren Patienten die vorliegenden Syndrome genau zu bestimmen. Nur dann können wir die individuell passende und erfolgversprechende Behandlung auswählen und durchführen. Dies ist bei der verwirrenden Fülle überlieferter und aktueller Informationen zur Syndromdiagnostik und bei der Komplexität der meisten Patientenzustände oft nicht einfach. Allerdings, in seiner integrativen chinesischen Medizin bietet uns Jeremy Ross ein schnelles und verlässliches System zur genauen chinesischen Syndromdiagnose, das wir leicht lernen und an unseren Patienten einfach anwenden können. In fünf Schritten werden nacheinander das Temperaturempfinden der Patientin, ihr energetisches Ungleichgewicht, die vorliegenden energetischen Ungleichgewichtssyndrome, die betroffenen Organe und die vorliegenden Organsyndrome bestimmt. Für jeden dieser fünf Schritte gibt uns Jeremy's System drei differenzialdiagnostische Fragen vor. Die jeweiligen Antworten der Patientin erlauben uns präzise diagnostische Entscheidungen, die uns schließlich zu den vorliegenden Organsyndromen führen. Diese Syndrome bestimmen dann, welche Heilkräuter und Akupunkturpunkte wir auswählen und welche Lebensstilempfehlungen wir der Patientin geben. In seinem Online-Kurs, wie Sie chinesische Syndromdiagnosen bestimmen, schnell und genau, lehrt Jeremy Ross den vollständigen fünfstufigen Prozess mit allen differenzialdiagnostischen Fragen für 99 chinesische Syndrome. Mit Hilfe von 14 Videolektionen können Sie sich Jeremy's System bequem von zu Hause aus und in Ihrem eigenen Lerntempo erarbeiten. Sie können mit Jeremy's System auch komplexe Patientenzustände schnell und zuverlässig beherrschen und daraus wirkungsvolle Behandlungsstrategien entwickeln. Der Online-Kurs ist englischsprachig, aber mit deutschen Untertiteln und mit deutschem Begleitmaterial versehen. Bitte schreiben Sie sich hier in den Online-Kurs ein und erhalten Sie lebenslangen Zugang zum Kurs.